Amazon-Chef Jeff Bezos hat den IT-Experten Ralf Herbrich vor fünf Jahren von Facebook zu Amazon geholt und mit der wohl wichtigsten Aufgabe beauftragt, die der Konzern zu vergeben hatte. Er soll eine künstliche Intelligenz bauen, mit der Amazon künftig seine Stellung als größter Internethändler in aller Welt ausbauen und festigen kann. Seitdem ist der 43-jährige Deutsche auf der Suche nach Wissenschaftlern, die bei Amazon das Unmögliche vollbringen. Darunter, die Zukunft voraussagen.